so level 16 bubblewitch saga 3 hallo erstmal schön dass ihr wieder da seid und wir müssen eulen befreien ich mache erstmal hier so einen ganz großen haut drauf und das war glaube ich gar nicht so der verkehrteste plan den man haben konnte dann wechseln wir mal auf gelb schießen die kleine eule weg befreien dadurch sechs auf einmal alter falter so blau geht auch mindestens einmal hier quer durch jetzt dürften es auch drei sterne sein naja fast gut was haben wir dann noch im angebot rot können wir da drüben noch wunderbar benutzen dritter stern und auch vollständig so ok das lohnt sich noch nicht es ist eigentlich alles irgendwie gerade so ein bisschen mist blau kommen wir mit dem gelben nein du nicht ja da kommen wir rum und ach du schande er wird gerechnet dass hier einiges passiert aber dass das dann dabei rauskommt so den jagen wir darüber so und die verfärben sich ja zum glück müssten sich auch auf lösen genau wenn wir jetzt noch ein blauen hätten knapp daneben okay der plan sah anders aus gut dann müssen wir jetzt leider diese beiden gelben hier erstmal weg ballern jetzt bleibt doch da sitzen ach nee doch nicht alles klar alle eilen weg hat ein bisschen gedauert drei sterne so wie es sein soll vierter platz ich glaube bei euch ist der ton gar nicht so gut zu hören das ist schon mal ne es ist recht eintönig so ein level müssen wir machen dann haben wir 15 von 15 dann gibt es noch einen dann können wir auch dann können wir auch hoffentlich was neues bauen der turm wartet ja 700 sterne stop brauchen wir dafür also bin ich gespannt was es letzten endes dafür gibt alle blasen entfernen lasst die schwarzen blasen fallen alles klar wenn wir dagegen schießen passiert gar nichts also lassen wir die mausen vor so beginnen werden wir mit rot zack können dann hier oben das blau entfernen grün entsorgt sich von selbst da hatte ich mir jetzt mehr von versprochen ja danke du kleine fee das war natürlich richtig gut ja was soll ich machen ich schieße das einfach mal dahin dann haben wir dort noch blau macht sich ja sehr gut in der ecke ja an den gelben komme ich jetzt leider so nicht ran also müssen wir erstmal hier ein bisschen platz schaffen rot ja gut dann ebenso jetzt kommen nur noch rote dazu warum so jetzt haben wir wenigstens ein explosives teil ok sind die wenigstens schon mal weg und da ist der rote den ich gebraucht habe das wird keine so besonders gute platzierung aber immerhin noch die sieben so was passiert jetzt tausend stern staub dazu bekommen dann können wir uns ja auch schon gleich den turm besorgen ne das sieht so aggressiv aus das hat ein bisschen was von dem regenschirm und vom dach her passt das einfach am besten den nehmen wir dauert wahnsinnige fünf sekunden und wir sind bereit ja und es gibt eine belohnung dafür dass die mir das haus bauen unbegrenzte leben für eine stunde ja super ich hoffe hey fügen wir noch ein paar details hinzu was nehmen wir denn baum wir fangen mit dem fußweg an ein bisschen freundlicher darf es schon werden und das ganze dauert fünf minuten lassen wir also mal so stehen und sammeln weiter sterne und sammeln weiter sterne ach ja geisti hilf dem geist nach oben nicht dass der uns noch auf den geist geht ne krieg ich den da rein das muss jetzt klappen hat nicht geklappt schade eigentlich ähm okay dann halt so er fliegt nach oben und zieht hoffentlich jede menge mit und kann man mit leben definitiv aber aber warte mal jetzt mal ganz dumm na so ein blödsinn alter da ich finde es blöd dass man da nicht nach oben gehen kann um sich das anzugucken was man da gerade verzapft hat komm risiko ich haue da jetzt einfach mal voll rein denn im zweifelsfall habe ich hier immer noch den roten so dann haben wir gelb nur gelb im angebot gerade stellt sich ja gar nicht die frage was wir dann damit machen rot jetzt brauchen wir rein theoretisch nur noch einen roten wir nehmen den roten wir nehmen den roten Familienzusammenführung geglückt Level 18 geschafft ja und es ist tatsächlich so ich glaube mehr als drei bis vier Level werde ich jetzt in einer Folge nicht mehr schaffen und mit Sicherheit wird es auch noch umfangreicher so nächsten drei sterne gesammelt und in der nächsten Folge dann ich schätze mal ungefähr der Level 19, 20, 21 vielleicht auch noch 22 mit dem Erreichen von 22 dürften wir auf jeden Fall wieder genug Sterne haben um unser Haus weiter auszubauen um noch ein paar Kleinigkeiten hinzuzufügen ein paar so ein bisschen Tinnif halt alles was die kleine Hexe so benötigt von nebenan und überhaupt schaut einfach wieder rein lasst euch überraschen und ich freue mich wenn ihr wieder einschaltet bis dann Ciao auf diesen an an einsch